Das Hotel Lindos Blue liegt in Lindos in Roedos. Das Hotel Lindos Blue ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 46 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,7 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 6 von 6 Sonnen. Gastronomie. Hervorragende Speisen mit genügend Auswahl und Abwechslung bietet die Küche dieses Hotels. So die Meinung der Gäste. 6 von 6 Sonnen werden hierfür vergeben. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,9 von 6 Punkten. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,8 Sonnen von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,9 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.